So, wer kommt das erstes? Nein! Falsche Richtung! Nicht so laut schreien, falls sie in die falsche Richtung läuft. Das ist ein Orakel. Oh nein, 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 nein! Ja! Ja! Oh! Letztes Mal! Das wird wohl ein längeres Spiel. Nein, das macht ihr! Ja, 90 Minuten lang! Nein! 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 Nein, nein, nein! Oh! 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 Oh mein Gott, das ist mein Mann, das ist mein Mann. Vielen Dank. Auf die Plätze, fertig, los. Wo ist eigentlich der Max? Also wir müssen noch einpfeifen. So, jemanden erreicht. Jetzt hat Deutschland Ball. Es ist halt einfach 1-1. Spielt aber sehr weit nach hinten. Tatsächlich los. Let's go. Das Entscheidungsspiel. Sie haben es begriffen. Ja. Deutschland hat mega viel Ball besitzt. Ich bin eindeutig nah an den Unterschied. Ich bin eindrund. Sie haben es nicht. Ach, ey, ey, ey. Das war eine kleine Bremskatt. Scheiße. Scheiße. Nein, nein, nein. Aber schwierig ist es gut. Aber wir haben dich sind. Das lassen sich nicht. Es ist doch nicht einfach das. Nein. Nein. Das wenn man das nicht abfassen hat. Ja. 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 Das weiße alles. Wenn man das einfach in Polen macht. Ein bisschen abfassen. Das war eine Komponmus. Vielen Dank.